Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Minecraft MMM Ich habe gerade vergessen auf Aufnahme zu drücken, deshalb ist hier ganz viel anders jetzt. Drei Blumen oder so. Oder vielleicht fünf. Ich habe ein bisschen so wunderschöne Sachen gemacht. Immer noch mit Jörg. Hallöchen! Wir müssen unbedingt ihn einen Part anmoderieren lassen. Einfach so mit Chat. Ja. Ja, Freddy ist nicht mehr dabei. Der wollte jetzt Hihi, Hihi machen. Hihi, Bubu. Und ich weiß noch nicht genau, was wir jetzt machen. Ich denke mal, der Part wird auch nicht so lange gehen. Wir machen ja hier gerade irgendwie alles in den Timer. Auch sehr schlau von Freddy, dass er hier einfach die Wand so hochstehen lässt, weil da natürlich Monster auf die Sachen springen können. Das war geplant. Damit du das jetzt in deinem Let's Play erwähnen kannst, damit du schlau rüberkommst. Ja, danke. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder oder irgendwann, wenn der Part dann halt online kommt. Ich gehe jetzt schlafen. Ich wünsche euch noch einen schönen Part. Bis dann, Leute. Hau rein. Ciao. Ciao. Moment, dann geht die Skype-Konfi aus. Dann müsstest du Jörg anrufen wieder. Okay, ja, ich rufe dich mal kurz an. Bis dann. Ciao. Ciao. So, da sind wir wieder. Ich habe keine Ahnung, ob die Aufnahme läuft. Ja, die auch noch mal läuft. Jörg ist wieder dabei. Freddy ist raus. Und ich denke mal, wir werden jetzt... Oh Gott, ich habe Angst vor ihm. Er hat gerade ein Schwert und eine Waffe ringende Hand. Ein Schwert, eine Waffe. Ja, genau. Und der ist krass. Ist du da gerade Melonen? Schaufel an Kopf. Das kann lustiges Projekt werden. Oh ja. Na jo, cc. Oh, Melone. Melone. Malone. Äh, falls ihr euch übrigens wundert, dass... Aua. Ich habe leider keinst dabei. Wohnt, baut sich die Melone am schnellsten ab? Mit dem Schwert, okay. Nein, mit der Axt hat es ungefähr genauso lange gedauert wie mit dem... Mit der Pickaxe. Oder dem Schwert. Tut das weh, wenn man in die Rosen reinspringt? Nein. Ey, so eine Rosen brauchen wir auf der Arbeit. Yay, yay, juhu. Okay, wir reiben uns jetzt einen Part lang nur in Rosen. Hm, geil, jo. So, gut, jo. Oh, jo, geil. Okay, lassen wir das. Ein bisschen durch. Ich brenne uns mal ein bisschen Holzkohle. Ich finde, es sollte noch irgendeine Strafe geben, wenn man getötet wird. Ich schätze mal, er schreibt gerade. Wollen wir hier irgendwo so einen Schacht nach unten bauen? Ich habe da hinten schon angefangen. Warte, komm mal mit. Ah! Ja, genau. Ich öffne einfach die Truhe von außen. Komm mal mit. Wir gehen durch Freddys Kräutergarten. Dann durch die undurchdringliche Rosenhecke. Ich habe schon wieder kein Fressen mehr. Wum, num, num. Hm. Hast du gerade Essen gekotzt? Warum war mir klar, dass du jetzt Essen auskotzt? Dankeschön. Ich habe keine Ahnung, wie... Doch, da, 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 da. Ich hasse sowas. Ich suche mir am liebsten immer Höhlen. Warte, geh nochmal hoch, geh nochmal hoch. Bitte, eine Stufe? Gehst du bitte eine Stufe hoch? Eine Stufe hoch? Warum auf Höhe 13? Da sind Diamanten, oder? Okay. Da, 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 da. Mir fehlt gerade irgendwie Minecraft Musik. Ich brauche, drück mal irgendwo her. Geh mal auf eure Musik. Der Server lag so stark, dass ich gerade die ganze Zeit die Blöcke 2-3 mal abbaue. Und schon wieder. Das ist irgendwie außer uns an. Nein, nein, nein. Ich sehe gar nichts. Wird übrigens ein schweigsamer Part, weil ich ihn zum reden habe. Jörg, du brauchst ein Headset. Dringend. Ich sehe nichts. Ich weiß nicht genau, was wir suchen. Oh, schon ein bisschen spät. Ich muss mal ungefähr die Zeit im Auge halten, weil das sagt meine Ordnerstärke. Jörg, meine Festplatte ist gleich voll. Ja, noch 2 gigabyte, das heißt ungefähr 5 min. Jörg, möchtest du dich jetzt schon mal verabschieden? Meine Festplatte wird gleich volllaufen. So, in... Tschüss. Genial. Ich werde dann mal versuchen, noch kurz zum Haus zurückzukommen und hoffe, dass die Aufnahme wäre, dass das nicht abschmiert. Weil dann kann ich wenigstens noch mal kurz da re-loggen. Guckst du miet? Hauptsache du bist schon tot, das war da unten. Was machst du da? Okay, da ist schon Rohstoffgefunden, wie ich sehe. Wow. Danke, du hast mich gepusht. Lassen Sie das bitte. Alter, scheiße. Böse Krippermann. Böse Krippermann. Ist tot. Da hinten bei unserem Feld steht einfach noch einer. Ich dachte mir auch nur so Scheiße aus, boom, tot alles. Instant alles kaputt und du bist auch ein Creeper. Du bist ein Creeper, ich muss dich töten. Oh. Oh. Um. und